Und live zugeschaltet ist mir jetzt der Greenpeace-Landwirtschaftsexperte Martin Hofstetter. Herr Hofstetter, auf diese Machbarkeitsstudie wurde ja lange gewartet. Sie sollte den Durchbruch bringen. Tut sie das jetzt in Ihren Augen? Ja, guten Tag, Frau Bildau. Sie ist interessant, sie bringt aber eigentlich nichts Überraschendes. Wir wussten schon vor über einem Jahr, dass bestimmte Wege machbar sind, möglich sind, um die Finanzierung auf den Weg zu bringen. Über eine Umlage auf Fleisch, über eine Mehrwertsteueranhebung. Der dritte Vorschlag, ein Soli einzuführen, kommt etwas überraschend. Aber dass es grundsätzlich möglich ist, das wurde auch schon im Vorfeld juristisch geprüft. Es ist okay, das nochmal ganz grundlich zu prüfen. Das hätte man allerdings schon vor einem Jahr machen können. Es ist für uns extrem ärgerlich, dass Frau Klöckner so lange gezögert hat und jetzt mit den Ergebnissen in einem Superwahljahr daherkommt. Das heißt ja, politisch ist es eigentlich kaum noch umsetzbar. Mit Landtagswahlen, mit der Bundestagswahl. Wer will jetzt Steuern öffentlich anheben oder eine Fleischabgabe durchsetzen? Deswegen stellt sich da die Frage... Das ist das eine. Lassen Sie uns aber mal über die Möglichkeiten sprechen. Also die Studie schlägt ja unter anderem die Verbrauchsteuer oder höhere Mehrwertsteuer für mehr Tierwohl vor. Welche Finanzierungsform wünschen Sie sich denn? Also wir haben gesagt, zur Finanzierung von mehr Tierwohl und damit die Landwirte auch mehr Geld erhalten und im Wettbewerb bestehen können, gleichzeitig es den Tieren deutlich besser geht und die Umwelt entlastet wird, favorisieren wir die Fleischabgabe. Die ist ja auch gerecht, weil diejenigen, die dann Fleisch verzehren oder Milchprodukte verzehren, dann auch die Abgabe leisten müssen. Das ist eine gewichtsbezogene Abgabe, die kann man aufschlagen. Und das ist eigentlich auch fairer, weil dann alle Produkte, ob jetzt billiges Hackfleisch oder teures Filet zum gleichen Preis, einen Aufschlag bekommen. Und der ist auch tragbar. Also das war unser Favorit, auch von unserer Seite. Und den kann man auch gut kombinieren. 85 Prozent der Verbraucher verstehen das und sagen, das würden Sie unterstützen. Aber wie kann in der Praxis dann sichergestellt werden, dass die Gelder an der richtigen Stelle landen und nicht irgendwo anders versanden? Das hat der Dr. Borchert heute in der Pressekonferenz auch schon gesagt. Es muss feste Verträge geben, direkt mit den Landwirten. Also der Vorteil einer Fleischabgabe oder Fleischsteuer ist, das Geld fließt zu 100 Prozent in den Bundeshaushalt. Und der Bund muss Verträge mit der Landwirtschaft, mit den Tierhaltern machen und nicht jetzt mit den Fleischverarbeitern oder nicht mit dem Lebensmittelhandel, sondern direkt mit den Landwirten. Und der muss gleichzeitig aber auch kontrollieren, dass die Bedingungen dann eingehalten werden aufgrund dieser Verträge. Das ist also machbar. Die Juristen heute, die das Gutachten vorgestellt haben, schränken ein, man kann ja jetzt keine 20-jährigen Verträge machen, sondern nur siebenjährige Verträge. Aber ich finde, siebenjährige Verträge sind etwas, wo die Landwirte drauf bauen können. Die kriegen ja auch noch eine Investitionsförderung für den besseren Bau von besseren Stellen. Also da wird ja sowieso schon viel Geld reingesteckt. Also das ist ein lukrativer Anreiz für die Landwirtschaft. Aber eine strikte Zweckbindung der Einnahmen nur zugunsten deutscher Tierhalter wäre aber problematisch aus EU-Sicht. Also Hintergrund ist das Benachteiligungsverbot für Tierhalter aus den anderen Mitgliedstaaten. Genau, das scheint so zu sein. Also wir hatten vorher im Vorfeld mit Juristen geredet, die gesagt haben, das müsste man jetzt erst mal auch noch mal mit EU-Juristen klären und auch mit den Nachbarländern klären. Oder ob man das mit einer Form von Umlage für die Länder, die nach Deutschland dann importieren, das auch anders regeln kann. Aber das könnte ein Pferdefuß sein. Dann gibt es das halt nicht. Dann fließt das Geld aber trotzdem zu 100% in den Bundeshaushalt und mit den Verpflichtungen gegenüber den Landwirten fließt das Geld dann auch und kommt dann bei den Landwirten an. Das ist also eine gute Sache. Bei der Mehrwertsteuer haben wir ja andere Probleme. Die Mehrwertsteuer fließt im Moment zum Großteil, zum Bund, die andere Hälfte in die Länder. Jetzt sind wir hier in Berlin. Das Land Berlin hat viele Einwohner, aber wenig Tierhaltung. Das heißt, es würde oberproportional Geld bekommen, aber eigentlich kein Geld verwenden für eine bessere Tierhaltung. In anderen Ländern, in Niedersachsen, wäre es umgekehrt. Wenig Menschen, viel Tierhaltung. Das heißt, da haben wir schon Pferdefuß bei der Mehrwertsteuer. Und der andere Pferdefuß bei der Mehrwertsteuer ist, besonders teure Produkte, sprich zum Beispiel Bioprodukte, würden viel mehr belastet, weil das ja eine Steuer auf den Preis ist und nicht aufs Gewicht. Herr Hofstetter, ich bedanke mich ganz herzlich für Ihre Einschätzung hier bei uns bei Phoenix. Bis zum nächsten Mal.